Hier kommt das große DSDS-Jungel-Special. Ja, grüß dich, Dieter! Ja, Beatrice, meine Schere, Schere, jede! Sag doch mal, Dieter, was sagst du denn da zum Rätsel? Sag doch mal, Dieter, was sagst du denn da zum Rätsel? Sag doch mal, Dieter, was sagst du denn da zum Rätsel? Äh, du, nee, ich bin doch so müde, du weißt doch so lang mit dem Ständer, frag mal die Loretta an. Sag doch mal, Dieter, was sagst du denn da zum Rätsel? Rät, 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 Rätsel! Rätsel! Aufgepasst, Schnuckis, hier kommt schon die nächste Kandidatin! Mike? Mike? Ja, das ist ja so ein Brixi! Rätsel! Ja, frag dich doch mal! Mike? 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 Mico! Mike? Chase... Mike! Mike? Mike?